1. Ready for take off. Und hast du schon geparkt? Klar. Schuhe wird fertig. Um 3 kommt das Taxi. Hast du auch schon die Sandalen an? Nee, ich hab keine Sandalen, ich hab Flüfflobs mit. Ah, komm ich nicht ran. Unter ein festes Schuhwerk, aber Sandalen hab ich gar nicht. Du musst Sandalen und weiße Sachen haben. Jeder Deutsche hat Sandalen und ja, Sachen. Das ist gut drüber, ne? Ja, war klar. Guten Adilenten. Der liegt allein. Wahrscheinlich auch nicht. Ich bin der Nächste. Überall. Ich bin gerade runter, da merke ich, dass du bist. Geil, ich bin gerade runter. Da merke ich, dass du bist. Los. Wo? Überall. Die haben nicht schon alle Waffen. Da ist einer oben irgendwo. Einer ist in dem Haus, wo ich getroffen. Dicker, das war meiner. Sorry. Das war meiner. Du Hund. So ist er. Nein. Nein. Ich errette ihn. Da wohnen alle in irgendwelchen Häusern. Jetzt sind alle tot, oder? Nein. Oder es lebt noch jemand. Es lebt noch jemand. Hier. Obwohl. Ich weiß nicht. Nein, könnte sein, dass keiner mehr liegt. Ja, war der letzte Institut? Ja. Aber ist das nur ein Team, ist die Frage. Ja, das stimmt, aber es muss noch ein paar Sachen. Was ist denn hier? Keine Ahnung. Ja, warte, ich habe ein Kopf, bitte. Das ist natürlich lecker. Ja, auch mir, bei mir. Du bist daneben. Warte, 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 warte. Ja, jetzt noch nicht. Er liegt da einfach im Weg. Bei mir liegt der Umfahrt, sieh mal durch. Weg mit dem Teufelszeug. Ich bräuchte noch ein taktisches Lager, falls jemand was hat, und dann gehe links an. Ich nehme es mit. Und deswegen will ich jetzt aber nicht anfangen, am 16 zu spielen. Das, das ist aber schade, weil, looking, looking, nice, nice. Brauchst du noch eine Energiebrinke? Ich brauche noch eine Kubi-U oder eine Sniper-Fahrze oder sowas mit. Ich brauche noch eine SKS. Ich muss die Groni jetzt schon mal. Erweitertes Schnellwechsel, AR, brauche jemand? Ja. Dann dreh dich um. Einmal da, durch die Tür. Okay. 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 Oh, Moment, hab ich das aufgehauen. Kompensator AR. Ebenso. Dann geh zu der Markierung. Bei mir. Steck es ein. Ich hab keinen Platz. Ich komme. Liegt aber auf dem Weg. Michi, wie viel ist das eigentlich? Zwei. Ich wollte diese Runde gar keinen töten. Oh, dann haben sie was mit Lukas zu töten. Dann müssen sie einfach handeln. Wir waren auf Dächern. Du meinst doch. Bei mir liegt noch ein M4, falls jemand wird. Braucht jemand noch ein Polo oder so? Okay. Hier ist noch jemand ein Kompensator AR. Ich hab einen dritten gefunden hier. Ich hab mehr weitere Schnellmagazine. Braucht keiner mehr. Kommt, AR. Ja, wenn jetzt keiner nimmt, nehme ich den auch. Ja, dann, äh, Folge der Markierung. Wollen wir ein Spiel spielen? Mach ich doch schon. Ja, komm, ich nehm. Sehr freundlich. Aber wenn ich out of MU gehe, dann ist es absolut deine Sch... Danke. Wokos, hast du jetzt eigentlich die SKS genommen? Naja, hab ich vergessen. Bei mir liegt aber ne 3er Weste. Ich hab ne 2er. Ich glaub schon ne 3er. Gut, ich werd wechseln. Damit... So, man will je markieren, dass ich da 1. So, mach mir markiert, dass ich 3er Weste. Vielen Dank. 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 Oh, unser Auto. Unser Auto. Oh, yeah. Okay. 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 Wie schlecht war das denn von mir? Oh mein Gott! Ich hab zwei. Ja, die letzten beiden sind. Nächste Team irgendwo für deinen Häusern. Ja, an den Häuser wandern. An der Wand einer Push rechts. Rechts hab ich eng gesehen. Und einer an der Wand. Wie weit rechts? Über der Straße? Über die Straße rechts, oder? Ne, ne. Einer ist rechts, über die Straße der andere. Einer ist genockt. Rechts auf der anderen Straße ist er schon. Hinter Dormauer. Hier hat noch einer ne kurze. Ja. F**k hinter uns 25, Lukas. Hinter dem Stein da. Ja, genau da. Warte, 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 warte. Befordert dich. Sehe ich deinen Bissen machen. Der ist weg. Glaub ich. Ne. Der hat gerade auf mich geschossen. Der liegt da irgendwo. Ja, aber hier muss einer sein. Der kann auch nicht weit sein. Wirklich, ne. Der liegt irgendwo flach hier. 100. Der liegt irgendwo flach hier. Was für ein Mongol. Oih... Ich find ihr den E36 там spannend . Ah nein... Dein Flyteam über euch? Ja, ich konnte schlusslich nicht brauchen. Das ist natürlich optimal. Bei mir? Ja, genau. Also es waren nur ne 90, aber ich hab's gesehen. Ist ok. Ich hab's gesehen. Zitzt. Zitzen. Zitzen, die weinen für die Community dortend wäre. Zitzen. ... Dann schauen Siezu. Wirkliche. ... Zitzen. wo? am anderen Berg wer hat es? wo geht es? ja gleich bei den Häuschen Baum hinterm Häuschen hat nen Hit muss ich heilen und herbekommen nicht läuft läuft nächsten Baum noch nen Hit noch nen Hit der ist in der Smoke drin irgendwo ne ich hab ihn eigentlich ganz gut geklärt ich weiß ja nicht am anderen Ende vom Teich ich weiß ja nicht da ist er nach hinten weg? das stimmt wen hat er geschossen? das ist ne gute Frage tot ja auf den da auf ihn dann fällt das einer jetzt ist er draus oah wo 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 wenn da die Einschüsse wo ist der jetzt hin? ich mit da noch auf am Baum linker Baum linker Baum zwei Hits zur Lebermonie muss nicht stören aus easy sieben Kals sechs ich hab nur einen ist so krass? das der der die die Vielen Dank.